Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Christoph Arnold und ich bin der Gründer der Casa Miracura, zu Deutsch die Wunderwerkstatt. Ja, das Thema heute, magische Momente. Für mich sind magische Momente Momente, in denen Zeit und Raum zusammenfließen und Wunder geschehen können. Alles braucht seine Zeit, sagt man. Und ich möchte ergänzen, jeder und jedes hat seine ganz eigene Zeit. Aus meiner Sicht ist ein Fehler, den ganz viele Menschen machen, dass sie sich vergleichen mit anderen. Hier raus entsteht Ärger, Frust, aber ganz sicherlich keine Heilung. Nur wenn du, wenn sie, du dich mit deiner Zeit in deiner Umgebung verbindest, dann kann aus meiner Sicht Heilung geschehen. In manchen Fällen kann es helfen, besondere Orte der Kraft aufzusuchen, was wir auch schon in den ein oder anderen Fällen tun, um ja wirklich in den eigenen Rhythmus zu kommen, um vielleicht nochmal einen äußeren Anstoß zu bekommen. Dafür sind sogenannte Kraftorte wirklich sehr gut geeignet. Aber erst wenn du wirklich im Einklang mit dir selbst bist, kannst du wirklich heil und ganz werden. Ja, diese magischen Momente sind aber wirklich wiederum auch hier, kommen wir wieder auf den ersten Punkt, Unique Treatments zurück. Es sind ganz persönliche Dinge. Das kann man nicht voraussagen, kann man auch nicht unbedingt letztendlich, schlussendlich vorausplanen. Da kommt wirklich das ein oder andere Magische noch hinzu, was dann dazu führt, dass wirklich ein magischer Moment passiert, in dem Heilung geschehen kann. Oder wie ich es immer sage, ein Wunder geschehen kann. Denn, ja, deshalb habe ich es ja Wunderwerkstatt genannt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr vielleicht Lust bekommen habt, einfach auch eine Veranstaltung mal zu besuchen, die wir immer wieder machen, um auf unsere Arbeit nochmal wirklich hinweisen zu können. Und damit man mich und auch die anderen einfach mal persönlich kennenlernt. Ja, da einfach mal auf www.die-wunderwerkstatt.de gehen. Dort sind die aktuellen Veranstaltungen gepostet. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir den ein oder anderen magischen Punkt miteinander teilen können. Bis dann.